und herzlich willkommen hier zurück zu eugenius 2 world domination und ja wir haben das letzte mal ein bisschen abrupt aufgehört aber ich war einfach müde so heute geht es weiter und wir gucken direkt mal ob was meine agenten hier sagen die ich hier gecaptured habe können wir auch gleich hier auf die stühle verteilen dennoch nicht die sind noch ein bisschen zu wild ist noch ein bisschen warten da kommen schon direkt die nächsten ich bin gespannt da kommen sie ich höre sie schon ums bei dem art der den trüder die located and capture i want that intruder grab es zu sparten so wieder sechs stück sollten wir hinkriegen ich gucke jetzt mal ganz kurz auf der weltkarte ob wir irgendwo noch kohle irgendwie abgreifen können sechs arbeiter kommt das ja wie nix im tippt im tippt drei wächter die wächter würde ich jetzt ungern hergeben ja sowas sowas hier ist genau richtig sowas ist genau nach meinem geschmack effekt da haben wir wieder ein bisschen knete dann entfernt einen arg wohnen ist jetzt auch nicht so verkehrt für drei pr menschen immer hier so 16 was jetzt schon waren die aber fix hier oben auch da hinten ja die werden es wahrscheinlich nicht überleben ich bin wieder so doof ich habe die wieder weggeschickt so gut wir gucken mal kurz nach denen hier ja das sollte funktionieren jetzt ja alle die jetzt hier rauslaufen werden grad gekillt ich starte mal den hier dann laufen die nämlich wieder zurück macht mehr sinn so 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 Morb, Intel. Interrogation, Success. Perfekt. An Agent has given us their secrets. Research has resumed. Ja, jetzt kommen sie hier wieder nicht aus dem Trainingsraum raus, Alter. So, gut. Die Welle hätten wir dann auch abgespatzt. Die Forschung läuft weiter, das ist gut. Ich nehme mal an, dass die Forschung jetzt dann zu dem dritten Teil von der Figur hier, von der Midas, von der Midas Gerät, ist. Irgendwie fehlt mir noch ein zweiter Wissenschaftler. An Agent has been subdued and captured. Ah, die haben auch 200. Dann dauert das noch einen Moment. An Agent has been captured. So, mein Goldlager füllt sich langsam wieder. Das ist gut, das ist sehr gut. In vier und halb Minuten geht es schon wieder rund. An Agent has been captured. We have captured an Agent. We have captured an Agent. We have captured an Agent. um deinen plan fortsetzen zu können musst du den weg der revolver von elia barracuda junior stehlen der mann mit dem silbernen kopf gibt es noch mehr dann star und ball tot super agent super agent super agent beute wir machen noch mal hier so eine nebenhandlung nebenbei oder würde ich sagen machen wir schließe forschung ab kalt gemacht okay fängt ja gut an mit einer forschung dann kommt die gleich im anschluss an die haupt forschung hier so die herrschaften sind wir dann soweit wo es kommen wieder soldaten optionale missionen abgeschlossen dass wir können wieder kohle eintreiben oder was gibt immerhin 10.000 in der lösung 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 zellenblock wieder leer in der lösung anderthalb minuten haben wir noch knapp bis die nächste welle kommt in der lösung in der lösung in der lösung in der lösung weiter mit den knarren das ist so geil so kalt gemacht das ist auch hier nebenhandlung gut es beginnt forschungstempo einmal okay na gut so baue fünf beliebige fallen im unterschlupf das ist jetzt ich habe gar keinen platz mehr für fallen glaube ich hier passt noch eine hin so die herrschaften sind da da kommen sie muss immer mal gucken nicht dass die hier an zwei seiten anlegen und ich dann hier überrascht werde die forschung geht aber fix so da kommen meine fallen 1 2 3 4 5 genau so da kommen die soldaten wenn die fallen sitzen starten wir den alarm überfalle geheim labors auf der weltkarte nach kampf baby so ich denke ja das ist doch gut aus hier hat sich erledigt dann gucken wir uns das können wir uns das mal angucken mit dem geheimen labor hier haben wir zum beispiel 15 quantenmechaniker zwei gegenspione zehn berichte ok das geht schon wieder so ein jama 1 stufe des netzwerks 2 ok das sollten wir hinkriegen hier ist eins netzwerk 3 sollten wir auch hinkriegen hier ist noch eins vier gegenspione sechs auftragskiller alter ist das alles teuer sammle eis auf der weltkarte ein alter ok wir können wieder normal ja das ist schön ich glaube wir machen mal das hier oder ne halt stopp warte mal ich will ja das hier machen das kostet 144.000 gold ja komm wir lassen das andere mal laufen so was sagen die gefangenen dauert noch sehr schön sehr schön wo war das jetzt das war es nicht mehr das war das mit den gegenspionen hier ist eis oder was alle jetzt habe ich erstmal die ganzen sendeleistung nein so nicht euer ernst und sich berichtet ja komm machen wir schnell und so schneller ja vier quantenmechaniker alter sammle eis geht wahrscheinlich nur da oben ach so ich brauche nur einmal das eis dafür brauche ich jetzt sendeleistung wo haben wir die hingesetzt hier ja hier kommt schon durch ich brauche ich brauche erstmal knete hier irgendwo knete her griff 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 das gerade eben ausgefallen in dem moment wo ich geklickt habe man wieder typisch da auch wird ja super hier so warte mal ich muss jetzt erst mal das war hier meine gefangenen interview so und